Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die Dachsanalyse für Freitag, den 16.09.2022 und den großen Verfallstag. Großer Hexensabbat ist es, oder man sagt nicht großer Hexensabbat, sondern es ist der Hexensabbat, also der große Verfallstag. Das bedeutet, dass an dem Tag, anders als an normalen Verfallstagen, also wie jetzt, der ist immer am dritten Freitag des Monats, und aller drei Monate, März, Juni, September und Dezember sind große Verfallstermine, weil dort zusätzlich zu den Aktien- und Indexoptionen noch die Futures verfallen. Das können sich viele aber nicht so richtig vorstellen, weil die handeln gerne mal Optionsscheine oder K.O.-Scheine, die dann in der Laufzeit fallen in drei Tagen, fünf Tagen, da gibt es alles Mögliche. Aber Optionsscheine, K.O.-Scheine, das ist ja ein reines Retail-Produkt. Das ist ja wirklich nur, damit die Leute, die jetzt nicht mit CFDs handeln, irgendwie ihr ganzes privates Erspartes da verzocken können und in die Banken übertragen. Und dafür sind die gemacht. Die professionellen Marktheitnehmer arbeiten ja eher dann tatsächlich mit anderen Terminprodukten, wie zum Beispiel dann den Futures oder den Optionen. Und ich sage mal, wenn ich jetzt nicht Martin von Money Monkeys bin, sondern vielleicht der Peter von Goldman Sachs und ich habe jetzt hier, keine Ahnung, ein 20-Milliarden-Depot irgendwo zu führen und ich habe Optionen drin im DAX, die, sage ich mal, oberhalb von 13.000 in den Gewinn laufen und unterhalb von 13.000 aber wertlos verfallen und ich habe da, keine Ahnung, 20 Millionen drauf gesetzt, dass ich über 13.000 abrechnen kann, dann ist das der einzigste Tag im Monat, an dem zu einer bestimmten Uhrzeit ein bestimmtes Preisniveau im Markt wichtig ist. Ansonsten ist es egal, außer vielleicht jetzt noch Monatsstoß, Wochenstoß, Tagesstoß und so weiter, aber es ist der wirklich einzigste konkrete Termin, wo verschiedene Gruppen von Käufern und Verkäufern im Markt ein Interesse haben, ein bestimmtes Kursniveau zu erreichen. So, und jetzt bin ich ja Peter von Goldman Sachs, der möchte, dass seine Calls, also meine Optionen auf schon steigenden DAX, oberhalb von 13.000 rausgehen und ich sage mal, mein Chef, der Anton oder der Klaus-Peter, hat, nee, halt, wenn ich Peter heiße, ist Klaus-Peter scheiße, aber es soll dir egal sein, mein Chef hat mir gesagt, hey Martin, du musst, äh, du Peter, jetzt wird es kompliziert, in meinem Kopf wird es kompliziert, aber ich versuche es so einfach für euch wie möglich zu erklären. Mein Chef hat zu mir gesagt, du musst in den nächsten zwei Wochen bitte zusätzlich noch, ähm, 200 Millionen in Aktien unterbringen. Auf der longen Seite, du musst kaufen bitte, du musst kaufen, wir haben große Mittelzuflüsse, das muss rein. Jetzt weiß ich ja aber, hey, Freitag, 16.9.13 Uhr verfallen meine Indexoptionen auf den DAX mit 13.000 und ich muss ja eh noch was kaufen, dann kaufe ich es nicht nächste Woche, sondern dann kaufe ich es jetzt, um meinen Kurs oder um den Kurs im DAX einfach noch zu stützen, damit er über die Kack 13.000 drüber kommt und meine Indexoptionen nicht wertlos verfallen. Und genau das ist der Punkt, warum in der Verfallswoche der Markt reist, warum er hin und her gerissen wird, immer wieder, auffällig, ne, und, ähm, sich doch deutlich anders bewegt als auch die anderen Tage, einfach weil es nicht nur den Peter von Goldman Sachs gibt, sondern vielleicht auch noch den von der City Group, und von allen anderen möglichen Banken und Instituten, die größere Sachen am Laufen haben, die dann eben tatsächlich hier noch irgendwo was hin und her schieben müssen oder wollen, um ihre Schiffe in den Socken zu bringen. Im Nasdaq, im Dow Jones, im S&P, im DAX, im Eurostox, überall wird gerangelt und gekämpft und das macht einen Verfallstag so besonders interessant. Wir haben schon Verfallstage gesehen, der ist in der letzten Minute vor 13 Uhr, der Markt nochmal 150 Punkte im Future, hoch, da ist der Kassadax gar nicht hinterhergekommen, der ist plus 100 Punkte gelaufen und dann ist es direkt wieder implodiert, einfach weil einer probiert hat, seinen Abrechnungskurs zu machen. Deswegen sage ich immer, in Verfallswochen einfach ein bisschen Piano, ein bisschen Risiko rausnehmen, muss aber ganz klar sagen, das was wir im DAX gesehen haben, jetzt zum Donnerstag, ist deutlich unter der Erwartung. Normalerweise ist der Donnerstag immer der, der richtig knallt zum Verfallstag und man sich eigentlich den Eindruck hat, dass Freitag gar nicht mehr abgerechnet wird, sondern schon Donnerstagabend abgerechnet wurde. Das ist ganz oft so, dass auch zum Donnerstag wichtige Niveaus, wie so eine 13.000, umspielt werden von oben bis unten, oben drüber, unten drunter, oben drüber, unten drunter, oben drüber, unten drunter. Deswegen hatten wir auch gestern diese Theorie, dass der Markt unten mal ausbricht, 8,75 holt, oben mal ausbricht und wieder in die Mitte zurückgeht. Ihr erinnert euch, haben wir gar nicht gesehen, der hat einfach rumgelungert und um die 13.000 rumgetanzt. Und es kann durchaus sein, dass die 13.000 eben schon morgen die wichtige Abrechnungszone ist, die dann eben auch nochmal umspielt werden kann. Das heißt, wir haben jetzt hier das gesehen, was wir für den Donnerstag unten sehen wollten, es fehlt eigentlich das, was wir oben sehen wollten. Sollte unser DAX also gut reinkommen und ich sag mal einen Stundenschluss wieder über die 12,985, über die 13.000 stellen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Land nochmal hier oben anfängt zu ziehen, weil die Jungs, die eben ihre Call-Option auf steigende Kursor im DAX einfach noch ein bisschen in den Gewinn reinschieben wollen und dass er von dort dann vielleicht das Fehlsignal noch bringt, was er uns am Donnerstag eben jetzt noch nicht gebracht hat. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wenn wir hier jetzt noch einen Tacken drunter machen, ein bisschen schwächer rein eröffnen am Freitag und dann aber schön aufdrehen, über die 985, 13.000 wieder drüber gehen, dass er dann wieder in die 13.190, 13.200 reinläuft, 13.240, da so ein bisschen in sein, um dann nochmal das zu machen, was wir gestern beschrieben haben. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber sollte unser Sachs sich eben nicht gefangen bekommen in den Bereichen um 8,60, 8,75 und einfach durchfallen, dann geht er bis 700 und dann geht er wahrscheinlich am Montag die nächste Etappe dann tiefer und auch unter die 500 runter. Weil das ist ganz schön letzte Rille hier. Ich finde, der hat deutlich abgefedert, der hat sich deutlich ausgebremst. Diese Dynamik, die von hier oben wegging, die ist richtig abgeflacht. Aber es gibt viele Situationen, im Tagesshot sieht man das sehr gut, habe ich direkt vor Augen. Ich hoffe, ich kann es euch so noch zeigen. Hier, guckt mal hier, da ist er auch ultra dynamisch angefallen und dann ist er nicht mehr dynamisch weitergefallen. Er hat aber trotzdem Tag für Tag für Tag für Tag für Woche für Woche für Woche einfach immer noch weiter nach unten gearbeitet. So, und das sieht jetzt so ein bisschen so hier im 2-Stunden-Shot nur in kleinerem Timeframe. Es sieht auch mal nach dem gleichen Ablauf aus. Und von daher würde ich einfach aufpassen, wenn es den DAX jetzt hier eben unten rauszieht, der kann richtig laufen. Rein vom Pattern her, von der Chart-Technik her, von der analytischen Seite her, muss man sagen, ist das leicht bullisch. Aber da fehlt der Signalgeber. Einmal nochmal ein staubiges Tief runter und wieder hoch. Über 13.000, über 12.985 und das könnte auch eine kleine Verkeilung werden, bullische Verkeilung und so weiter und so fort, würde er dann nach oben lösen. Dreht sich aber alles wieder im Kreis, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, okay, wenn er über 13.000 drüber geht, dann hat er eine Chance nach oben. Wenn er drunter bleibt, Risiko nach unten. Und so können wir eigentlich die Analyse auch zumachen für den Freitag. Bleibt er unten drunter, bleibt er unter 49, unter 69, 8, kommt die 8,75, 8,60. Geht er da noch drunter, hat er Platz bis zur 700. Geht er da noch drunter, kann er gleich schon die 12.500 durchfallen. Dreht er sich aber auf, idealerweise nachdem er das Gap geschlossen hat und drückt sich über 13.000, würde ich ihm wirklich Platz geben bis 13.200, 13.91. Vielleicht sogar 13.270, äh 2, 2, 2, nicht 70, 2, 40. Ja, das ist meine Erwartungshaltung. Auch noch erwähnenswert ist, wir haben gestern über das Doji gesprochen, dass es eine Kerze ist, die nach Lehrbuch, erst nach der Folgekerze auch gewertet werden darf. Ich habe gesagt, so lange würde ich nicht warten wollen. Mir wäre nur wichtig, dass der Kerzenkörper überboten wird, oben oder unten. Und erst, wenn er oben überboten wird, für mich das als Umkehrsignal dient. Und jetzt sieht man auch, warum ich das so sage und warum auch im Lehrbuch steht, dass man eine Umkehrformation oder eine Umkehr hier tatsächlich mit der Folgekerze erst bestätigt haben soll. Das hat nämlich nicht geklappt. Das ist einfach überantwortend oder ignoriert. Es ist ignoriert worden. Aber man muss auch hier sagen, auch hier, wenn ich jetzt wieder die 3-Tage-Aufwärts-Bewegung gegenüberstelle, zu den 3 Tagen abwärts, er federt sichtbar deutlich ab. Ich möchte nicht ausschließen, dass der sich hier wieder auftritt. Freitag, Montag, Dienstag auftritt. Freitag vielleicht 200, 240 schafft. Dann Montag an der 500 rumschnuppert. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber er muss erst drehen. Und er muss über die 13.000. Bleibt der unter 13.000, werde ich nicht nach einem Long suchen. Ganz ehrlich, mache ich nicht. Will ich auch nicht. Bei 8,75, 8,60 könnte man vielleicht mal was Seichtes probieren. Auf einer kleinen Kerze, im kleinen Timeframe mit einem engen Stop-Loss. Aber, boah, Bock hätte ich da nicht. Nee, dann wären wir das Risiko zu hoch, dass der hier unten abhaut. Was haben wir hier unten? Wo haben wir unsere Aufwärts-Rendine? Na, guck mal. Die ist sogar auch bei 7. Ach nee, die ist 7,75. Das ist nochmal 100 Punkte tiefer. Ja, gut. Ich mache zu. Das ist alles, was wichtig ist. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Für die Analyse zum Montag. Beziehungsweise diejenigen, die im Premium drin sind. Am Sonntag gibt es wieder Webinar. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Tj. 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 Tj.